Was wir hier haben, ist über Generationen gewachsen. Wir sind hier nicht in der Großstadt, hier wohnen vielleicht 5000 Leute. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir alle den gleichen Traum haben. Wir glauben, dass wir hier noch viel bewegen können mit dem, was wir tun. Hier gibst du immer alles, alles was du hast. Weil du dich auf jeden hier verlassen kannst, egal wie lange er schon da ist oder wo er herkommt oder wann auch immer. Wir stehen zusammen, weil wir Brüder sind. Wir sind Fans, Spieler, Trainer, Betreuer, Helfer. Wir sind Freunde. Wir für euch und ihr für uns. Ich bin stolz auf das, was hier passiert. Und es ist etwas Besonderes, Teil von dieser Familie zu sein.